Das Speisezimmer ist der einzige Galerieraum, der den intimen Charakter der Originalfunktion der Villa auf Meer bewahrt hat. In der Villa befinden sich noch immer die Original-Holzmöbel von Ivan Mestrovic entworfen, ausgestellt sind Bronze-Skulpturen, Porträts seiner Familie, das Bild des Abendmahls, die Figuren Karyatida und zwei Porträts von Ivan Mestrovic, die von seinen Freunden Vlachobukovac und Gustav Likan angefertigt wurden. Das Speisezimmer strahlt ein Gefühl des Heimes aus. Dort sind alle vertrauten Personen des Bildhauers, die oft zusammen mit dem Bildhauer am großen Tisch, der sich mitten im Raum befindet, aßen, die Söhne Marte und Tvirtko und die Tochter Maritza. Interessant ist, dass die Porträts des Bildhauers zwei unterschiedliche Alter darstellen. Sowohl einen jungen und als auch einen reifen Mann. Wiederum sind seine ausgestellten Skulpturen frühe und spätere Werke. Bedeutend ist das Speisezimmer nicht nur aufgrund der Erinnerung. Einen maßgebenden Faktor spielt auch die Umgebung. Der große Raum, der in eine Galerie verwandelt wurde, hat er die Erinnerung an Mestrovic's Heim bewahrt. Durch die antiken Möbel, den echten Kamin und einen speziellen Charakter wird ein besonderes Milieu geschaffen, das den Bildhauer und seine Familie darstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017